Führt Stress zur Gewichtszunahme? Ich bin Claire und erklär's dir. Sicher hast du das schon mal gehört. Stress verhindert Abnehmen und fördert die Gewichtszunahme sogar. Stimmt das? Stress hat vielfältige Auswirkungen auf unser Essverhalten und unsere Psyche. Beispielsweise hat Stress einen Einfluss auf die Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren. Logischerweise erhöht Stress auch den Cortisol-Spiegel. Ein erhöhter Cortisol-Spiegel, so diverse Studien, geht einher mit der Erhöhung der Grillin-Spiegel. Grillin hat einen Appetit steigernden Effekt und fördert die Speicherung von Fett in Fettzellen. Außerdem werden in stressigen Phasen besonders hochkalorische Lebensmittel bevorzugt, die wiederum in Belohnungszentren eine Reaktion auslösen. Das geschieht besonders, wenn der Stress als sehr negativ wahrgenommen wird. Dann merkt sich der Körper praktisch, dass das Essen etwas Positives hervorgerufen hat und es kommt schnell zu Verlangen nach mehr. Der Einfluss von Stress geht mit Sicherheit noch weit über das hinaus, was schon bekannt ist. Klar ist aber, dass Stress durchaus unser Essverhalten und die Gewichtszunahme beziehungsweise das Abnehmen beeinflusst. Hast du noch Fragen? Dann ab in die Kommentare!